Wir gehen jetzt gleich los und ganz kurz für euch als Info, wir bleiben auf der Fahrbahn und wir gehen einmal um den Bahnhof rum und dann direkt zum Ministerium. Kollegen, wir gehen jetzt weiter. Für euch als Info, wir bleiben auf der Fahrbahn und wir sind um die Stadion um die Stadion und dann gehen wir direkt zum Ministerium. Und wir wollen natürlich auch beim Laufen laut sein, damit alle in Potsdam uns hören. Und wir wollen auch schauen, wo wir arbeiten, damit alle in Potsdam hören können. Ganz kurz, vorne geht Women in Exile mit dem Fronttransparent, dahinter ist der Frauen in Exile, auch wenn er klein ist. Und alle anderen bleiben hinter dem Lautsprecherwagen. So, in front is Women in Exile mit dem Frontrunner, behind dem ist der Women, Lesbian und Transblock, even wenn es small ist. Und der Rest der Demo bleibt hinter dem Lautsprecherwagen. Und wir stehen hier im Im Wir stehen hier im Wurzeln Wurzeln Wir zitten ... ... ... ... ... In der Zeit, viele Menschen, die sich mit einem anderen Seite befinden, mit einem anderen Weg zu uns, können wir mit einem anderen Weg gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020